Bist du bereit für das neue Entertainment-Erlebnis? Dann tritt mit Kinect und Xbox 360 ein in die bunte Welt von Xbox Live. Mit Xbox 360 kannst du dich dank WLAN einfach und kabellos mit Xbox Live verbinden. Gemeinsam online spielen, Filme schauen oder chatten. Mit deinem selbst gestalteten Avatar bewegst du dich spielend auf Xbox Live und in vielen Games. Und bei der Auswahl an unzähligen Styles und Outfits sind dir keine Grenzen gesetzt. Spiele gemeinsam im Koop-Modus oder gegeneinander mit Freunden deine Lieblingsspiele auf Xbox Live. Egal wo deine Freunde sind, du kannst immer mit ihnen in Kontakt treten. Auf der Freundesliste siehst du, wer gerade online ist. Und du hast die Möglichkeit, Spiele-Einladungen zu versenden und natürlich zu erhalten. Chatte mit deinen Freunden und diskutiert die besten Spielstrategien. Der Party-Chat für bis zu 8 Personen macht es möglich. Super! Erlebe die revolutionäre Art der Unterhaltung. Mit Kinect für Xbox 360 erlebst du Spiele auf eine völlig neue Art und Weise. Ganz ohne Controller. Du selbst wirst Teil deiner Lieblingsgames und kannst mit vollem Körpereinsatz spielen. Kinect ist kinderleicht zu bedienen. Macht der ganzen Familie Spaß und eröffnet dir die komplette Welt der controllerlosen Unterhaltung. Mit Zune auf Xbox Live kommt jetzt noch mehr Unterhaltung ins Wohnzimmer. Lehn dich zurück und höre Musik ganz nach deinem Geschmack. Oder schau dir auf dem Zune Videomarktplatz Filme dann an, wenn du Lust hast. Natürlich in HD-Qualität. Lei dir auf Xbox Live Filme aus und schau sie dir ohne Wartezeit per Stream an. Dank Kinect steuerst du die Filmwiedergabe ohne Fernbedienung einfach mit deinen Handbewegungen. Deine Lieblingsfilme kannst du auch auf Xbox Live kaufen. Mit Facebook auf Xbox Live hast du all deine Freunde immer in deiner Nähe. Und es ist noch einfacher mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Chatten, Bilder anschauen, posten und kommentieren. Verwalte dein Facebook-Profil ganz bequem und optimiert für TV auf deiner Xbox 360. Werde Teil der großen Fangemeinschaft von Xbox Deutschland auf Facebook und profitiere von exklusiven News und Gewinnspielen. Für den Spielspaß zwischendurch sind die Arcade Games auf Xbox Live genau das Richtige. Von Action über Jump and Run bis zu Gesellschaftsspielen. Eine riesige Spielebibliothek sorgt für Spielspaß ohne Ende. Und der Download ist kinderleicht. Teste dank kostenloser Spiele-Demos Arcade Games vor dem Kauf und lade das Game direkt auf deine Xbox 360. Beim Deal of the Week profitierst du als Goldmitglied von wöchentlichen Angeboten auf dem Xbox Live Marktplatz. Mit den Sing- und Partyspielen für Xbox 360 machst du dein Wohnzimmer zur Showbühne. Damit der Spielspaß nie zu Ende geht, gibt es auf Xbox Live jede Woche neue Songs zum Download. Auch für deine anderen Games ist natürlich gesorgt. Ob Karten für deine Strategiespiele oder Bonus-Level für deine Adventure-Games. Deine Spiele leben länger mit Spiele-Erweiterungen von Xbox Live. Xbox Live bringt dich deinen Freunden jetzt noch näher. Hallo Biene! Hallo! Wie findest du das? Mit der Kinect Video-Chat-Funktion kannst du dich mit anderen unterhalten oder sogar gemeinsam Filme schauen. Egal wo sie wohnen. Hallo ihr zwei Süßen! Hallo Silke! Chatten mit Freunden war noch nie so einfach. Sieht super aus! Ich wünsche euch viel Spaß heute Abend! Bis später! Bis später! Tschüss! Kinect für Xbox 360 bringt die ganze Familie zusammen und revolutioniert die Art und Weise, wie Spiele und Entertainment erlebt werden. Ganz ohne Controller. Gesteuert wird mit Händen, Füßen und dem Oberkörper. Kinect ist kinderleicht zu bedienen und macht allen Spaß, sodass Freunde und Familie gemeinsam spielen und jubeln können. Gesteuert wird mit Händen, Füßen und dem Oberkörper. Gesteuert wird mit Händen, Füßen und dem Oberkörper.